Hallo und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect Andromeda. Ja, wir sind gerade eben hier stehen geblieben und wollen dann mal ganz fix die Kettbasis angreifen mit den eben gewonnenen Erfahrungen oder Informationen. Und ich würde sagen, auf geht. Moment, warum ist nichts verkehlt? Leute! Was ist das? Unbekannt? Unbekannt finde ich aber blöd. Höhle. Änderungsauslöser. Da steht nichts dran. Da steht auch nichts dran. Ende der Wache. Okay. Nein, das suchen wir auch nicht. Aha. Da müssen wir hin. Halleluja. Aber wir fahren hier erstmal raus. Denn hier ist eine Erinnerungsauslösung. Malia? Hm. So viele Quests. Na, noch weiter in die Richtung auf jeden Fall. So viele Quests. Schauen wir mal, dass wir hier sind. Schauen wir mal, dass wir hier sind. Irgendwie nicht viel. Hier müsste doch irgendwann eine Erinnerungsauslösung sein. Dann nehmen wir erstmal das Licht hier mit. Hier fahren wir auch noch was. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ach, noch weiter dahinten. Hm. Dann nehmen wir uns erstmal wieder den Mormat mit. Dann nehmen wir uns einmal... Einmal ein Stückchen weiter. Komm das. Da ist er. Ja. So, jetzt machen wir die Basis kaputt. Oh, wir sind zu früh. Oh, wir schalten jetzt. Oh, wir sind schon mal hier. So, eins haben wir da oben drauf, eins haben wir da an der Seite und ein Junkeröffner. So, das wäre das eine, das andere da. Nein, das würde ich nicht. Nein, richtig. Ach, komm schon. Ja, genau. Fall halt einfach wieder runter, du Sau. So. Holy, was? Okay, wir sind jetzt bei Fünferfeldern angelangt. So, probieren wir das einfach mal aus. So, was bleibt denn noch übrig? Das Zeichen. Das heißt, das muss auf jeden Fall hier hin. Dann kann nämlich hier das hin. Dann haben wir nur noch zwei, die hier rein dürfen und das wäre das hier und das und das. das nicht, das ist ja hier drin. Warte mal. Das und das da, genau. Da das hier aber nicht in die Reihe darf, muss das also hier hin. Und das andere, weil das mit einem Klick schon erreichbar ist, muss da hin, so auch. So, dann bleibt ja nur noch das Y-ähnliche hierfür. Dann, in dem Fünferfeld fehlt, fehlt dann nur noch das hier wieder. So. Dann wollen wir mal. Wo machen wir denn weiter? Wo machen wir hier weiter, glaube ich. Das fehlt noch. Das fehlt noch. Ah, okay. Moment. Das muss auf jeden Fall hier hin. Dann müsste folglich das Zeichen hier hin und das da hin. Dann kann nur noch eins hier hin. Und zwar das. Dann hätten wir das noch übrig. Das übrig. das übrig. Das muss aber in die in die Zeile hier. und deshalb muss das da hin. Genau. So. Und dann haben wir noch das hier hin. das da hin. Das da hin. Das da hin. Und das fehlt noch. Das fehlt noch. Genau. Zack. Easy. Easy. I'm getting better at this. Warum sagt er mir, dass ich was scannen soll, wenn hier nichts zu scannen ist? Okay. Da war was zu scannen. So. Oh. Oh. You have a huge task. To responsibly settle all your people in Hedeas. It seems incredible. Sometimes. The idea of making places to live. Even though we've already done it. There's so much hope riding on us. Speaking for the resistance. I know what that's like. Catch. Stay on guard. Stay on guard. Stay on guard. Stay on guard. Aber das sind doch Kettles hier. Interessanter Ort. Und dahinter sind die... Ja, dann machen wir jetzt erstmal die Kettlesplatte. Das wird sehr gut. Wenn ihr denn welche wehren? Haben wir sie alle? Und die Feiglinge, die sich drinnen versteckt. Boah, Riesenbehälter. Uh, na laden. Zwei und eine Menziger. Hört sich an, als hätte einer vergessen Nachladen richtig... Also verpatzt. Nachladen richtig zu schreiben. Nachladen. Oder irgendein Übersetzer hat sich gedacht... Bei der Waffe brauchst du nicht nachladen. Ich nenne die nachladen. Wo soll ich hin? Oh, oh. Oh, nein. Vor. Ich schau da vor. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Du bist in eine gute Werteilung, Mora. Beste als jemand auf der Squad? Danke. Ich habe nicht gedacht, dass du... ...zurest 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 du... Jetzt fahr da hoch. Komm. Weiß dich durch. Ich habe das Gefühl, ich bin gleich einmal im Kreis gefahren. Das ist wie wir in den Kett-Kommand-Center kommen. Einmal komplett falsch rum um den Berg gefahren. Ja. Entschuldigung, wie viele? Echt brothers and sisters. Almost four times as many cousins. My mothers. A lot of voices with opinions on what to do. Ja, natürlich. Ja. Toll. Keine Überreste. Das hat sich hier gelohnt. Das hat sich hier gelohnt. Ach so. Wow. Ja. Einmal auskundschaften. Einmal drum herum fahren. Wow. Danke. Ja. Ja. Da. Ja. Okay. Mining zones have been added to your nav system, Pathfinder. Environmental temperatures are within acceptable limits. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. I don't think you're looking for a new mine. Uuuuuhuhuhu. We are here... We are here again. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Yes, and not a moment too soon. Transferring it to you now. Stars be bright for you, Pathfinder. Gericht hier rum. Yay! So, haben wir noch was zum Scannen hier? Ja, da können wir noch eben aufladen an der Mission. Hier geht's. Wir sind in. Zeit, um zu arbeiten.